Ja, guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Martin Renner, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages von der Alternative für Deutschland. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu Renners Blauen Stunde. Sie werden nachvollziehen, warum wir das Renners Blaue Stunde genannt haben. Diesen YouTube-Kanal werden Sie öfters jetzt Neues erfahren, sehen, alles was im politischen Raum passiert, im Bundestag, aber auch in unserer Gesellschaft, werden wir hier kommentieren und darstellen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren würden, teilen würden, leiten würden und von Zeit zu Zeit auch etwas kommentieren würden. Dankeschön. Dankeschön.